... ... ... ... ... ... Hallo und herzlich willkommen zurück zu Arkham Knight von Batman. So, und jetzt in der letzten Folge haben wir wieder ein weiteres Waffendepot des Pinguins ausgeräuchert und außerdem noch einen weiteren APC erledigt. Es sind nur noch zwei Stück davon. Jetzt aber werden wir uns mal wieder der Story betmennen. Ein Taxi wegchecken. Oh. Oh man, das ist er! Oh, das ist er. Oh, das ist er. Oh, das ist er. Oh, das ist er. Renn! Schau. Die Arkham-Knighter sind so sehr schwer, mit ein paar soldatoren, mit einem höheren Begründeten. Tufi, Riddler, Hellf, sogar Penguin. Jetzt sie, sie haben diese Stadt. Sie immer wieder. Ah, das werden wir sehen. So, Clock Tower. Oh Gott. Oracles Wohnung. Okay. Joining your mission. You can come with a cost. This empty reminder shows. Blah, blah. Empty reminder. No subject, no subject. Mal gucken. Ja. Just a riddle. Wo ist das? Empty reminder. Subject obscured, obscured. Ich werde einfach anfangen los. Identity confirmed. Okay. Okay, no oracle now. Was ist hier? Remote switch. Okay. Huh? Ach. Character bio-unlocked Batgirl. Ist hier mal interessant. Barbara Gordon. The daughter of Gotham City's police commissioner, James W. Gordon, Barbara Gordon, was forbidden by her overprotective father from joining the GCPD. Instead, she took on the identity of Batgirl and was a crime-fighting partner of Batman for years. A career that ended tragically when the Joker shot her through the spine and confined her to a wheelchair to a wheelchair. Tja. Martial artist, skilled detective. Ach, sie ist eine... Sie war eine Eidetikerin. Nicht schlecht. Sehr selten. Subject to small. Out of view. Das muss wahrscheinlich so sein. Das empty reminder shows just what she lost. The trap. Bad girl saves Commissioner. Who is bad girl? Oh Mann, oh Mann. Wie gesagt, das Ganze lesen wir mal später. False Dawn. Gut, aber hier will ich ran. Alfred, holen Sie die Bildung von der Batwingen aufbord. Natürlich, Herr. Wie Sie sehen, die Batwingen hat einen Orbital-Sweepen von Founders Island, aber noch keine Signale von der Cloudburst. Ich werde, natürlich, wissen Sie, wann die Situation ändert, aber ein Moment, Herr. Ich bekomme eine Erdbeinung von den Film-Studios. Oh. Nightman, ich hoffe, dass Sie das hören können. Die Film-Studios sind in Angriff. Zack, Robin ist in Trouble. Listen to me very carefully. You need to lock down that room. We can't let the infected get out. Of course. Tell me to. Henry. That's enough from you. Oh, no. Look who's too late to save the day. How's it going with that, Ray? It's been a while. Harley Quinn. So you do remember me. That's weird. Because you killed the only thing I ever loved. And now I find, you've been keeping a whole new generation of Jokers to yourself. I know. Awkward. Don't do it. They're not stable. Oh, they're not stable? Maybe you want to take a look in the mirror sometimes. Psst. Ja, wo sie recht hat. Alfred, I need to get to the movie studios. Please be quick, Sam. Miss Quinn is clearly volatile. Robin may be in serious danger. Toll. Jetzt zeigt die sich. Harley Quinn. Stop Harley from taking the Joker infected. Oh, I told you we should have butchered that bunch of second-rate tribute acts. They'd better not kill Robin, Vats. I had the idea first. Das war meine Idee. Was das ein Panner? Toll. You know, I never thought I'd say this. I'm getting kind of tired of all this rioting. Come, 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 come. That man's actually holding his arm against this army. But he beat that meat for sure. Ach, you can't think. So. Ich hab jetzt überhaupt nicht auf die Thugs geachtet hier. So, der ist eigentlich nur hier rein. Wie ist die überhaupt hier reingekommen? Das geht doch nur mit meiner Stimme auf. Hat die die irgendwann aufgenommen? Voice print failure. Access denied. Äh. Haha. Nice try, sad freak. Höh. Harley's changed the voice code access. I can adapt the modulator I picked up from the Arkham Nights driver. To synthesize her voice. Schön. Hm, Voice Synthesizer. Limits enemy vocal commands. Bypasses security systems. Sag mal, Bats, wenn du das die ganze Zeit hättest schon machen können. Das hätte ich auch schon im Luftschiff gebrauchen können, du Bastard. Okay, ich muss das echt ein bisschen anpassen. Und? 82 Prozent. Und jetzt? 100 Prozent. Na, also. Oh, Mann. Bisher gehen die Heu. Big L. Oh, Albert King. Oh, Schuss. Almost Robin. What about coming back down here and tell he's dead? You hear me? That's Synthesizer. Oh. I need to secure the rooftop. I can use the voice synthesizer to manipulate Harley's men. Oh, poor Harley. Wasting time on those not pale enough imitations when I'm right here in you. What's confusing me is how the hell she found your top secret bat face, bat face. She couldn't find her own reflection in a mirror when I was alive. It's like something was holding her back. Ja, ich las ihn immer gerne ausreden. Oh, yes. What's wrong with the Freійs down there? Are they dying? No, they changing into Joker. Is it contagious? Oh, yes. Einer của euch geht mal dort rüber. Okay. So, wieder da rauf. Schnapp. Okay, ich sollte auch mal... Disruptor? Nee. Remote Hacking Device. Eins von denen mach ich mal aus. Komm, 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 komm! Komm! Ja, ich bin. Ja. 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 Die ist echt nicht so hell. Ignoriert, was ich sage. Und gleichzeitig befiehlt sie nicht zu ignorieren, was sie sagt. Oh, nee. Okay, schon ist er wieder weg. Gut, dann wollen wir endlich mal unsere Höhle betreten. Oh. Wo kommt die denn auf einmal her? Oder waren die schon immer da? Gut, kann sein, dass ich... ...viel weniger erwartet habe, als es letztendlich waren. Oh, fuck, 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 fuck. Der King ist gerade hochgekommen. Jetzt lassen die die wieder aufstehen, verflucht. Ich habe drei Jokers hier, Idiot. Drei! Erinnerst du, was ein Joker zu dir gemacht hat, als du ihn verabschiedet hast? Oh, du nicht? Okay, das war gerade das falsche Gerät. Oh, das ist... Hey, Red hit this guy hard. Poor Schmuck. The thugs won't follow any more orders. He gets the hide up there, that's how. The seat, man. He's a character. That's what he is. Oh, you blöden Waffentypen hier. Geht mir aus dem Sacken. Ist klar. Giss es. Wieder so ein übelster Typ hier. So. Ich habe doch gerade noch den Joker irgendwo stehen sehen. Aber naja. Gut. So, Robin. Ich hoffe mal, du lebst noch. Hm. Klingt nicht gut. Das war die Arkham Asylum-Fanfare. Und wir fahren viel weiter runter als vorher. Oh, scheiße. Ich kann auch nicht in den Detective-Modus wechseln. Scheiße. Wow. Ah, memories. You, me, an award full of psychotic killers. Heh. You've never felt so at home, have you? Oh, come on. You think you're different because you've never killed anyone? Newsflash. You killed me? I was there, remember? You destroyed my cure right in front of me. Watch me choke on my last laugh. And then, after killing me, you said you would have shared. Heh. You couldn't admit I'd won, could you? Not even as a party gift. But now I'm on the inside. Oh. We both know the truth. Yet you've killed before. And tonight, I'll make you do it again. You have to admit it to yourself, compel. Here we go. The big bad. The fish. Ah. 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 So. Ach, hier ist Robin. Okay. So. So. Na, was ist Robin? Kriegst du ihn hin? So. Hehehe. I guess he's smarter than you think. Not likely. Brotherhood of the Fist. Good idea. Unlocking the whole building down. No one leaves until we account for the infected. She just walked in. No alarm, no warning. Something's wrong with the voice recognition. Maybe. There's no trace of a hack. If they're still here, then the facial recognition software will find them. Got them. Albert King's in the Wild West set. Looks like he's gearing up for a comeback bout. They took Christina Bell to the haunted house set. Harley's left armed guards to protect her. Charisma's on the soundstage. I can't tell what he's got planned. All right. We know where they are. Now all we need to do is get them back. Should be easy, right? Klar. Nichts was wir nicht schon mal gemacht hätten. Aber da ist ja noch einer. Der, der keine Symptome zeigt. Henry, what happened? I don't know. I think something hit me on the back of the head. Ja, das müsste Harley gewesen sein. Gut, jetzt kann ich dort endlich mal weiter. Aber, hm. Ich würde sagen, an der Stelle mache ich erstmal einen Cut. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Dann untersuchen wir die Studios. Also, bis dahin. Tada! Ta-da!